Hallo Stacy, lange nicht gesehen. Wie läuft die Model-Karriere? Herbert, mein Lieblingspolizist. Es ist nicht leicht Aufträge zu bekommen und die Fotoshooting sind nicht gerade billig. Ich bin Hobbyfotograf. Gegen ein wenig Geld könnte ich dir auch die Fotos machen. Oh, wie viel würde es dann kosten? Kommt drauf an, wie groß. Ich bin 1,64 groß. Ich meine, wie groß die Bilder sein sollen. Ich brauche die Bilder nur digital. Den Preis können wir ja noch verhandeln. Alles klar. Also treffen wir uns Sonntag auf einen Kaffee und gehen danach schießen? Ich hantiere nicht gerne mit Waffen. Ich meine Fotoschießen. Ich dachte, du meintest was anderes. Da bin ich gerne dabei. Alles klar. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Ja. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Bis Sonntag.